Viele kleine und große Talente haben sich beim Hattelstadl eingefunden, um ihr Können zu zeigen. Vor 6, 7 Jahren hat alles begangen. Da habe ich als Petschenmen angefangen. Das war damals der zweite Austritt, das war 2017. Und seitdem bin ich auf die Bühnen unterwegs, also ganz Steiermark, Kärnten und spürt die größeren Bühnen. Und das Besondere, was es ist, dass du hinten der linken Hand und mit der rechten Hand unterschiedliche Melodien oder auch unter... Mit 89 ist Franziska Mlekus, die elbwürdige Oberkleinerin, ist mit der Musik groß geworden.